ARD Text im Auftrag von Funk Geil! So um die Kurven geht, wie so ein Auto, wo keine Servolenkung hat. Achtung, da kommt Gegenverkehr. Wow! Geil! I'll carry you Ich hab ganz schwitzige Hände, ne? Als wir dann oben waren, die Aussicht... Oh, mega! So nice! Wirklich, ich hab, glaub ich, tausendmal hintereinander gesagt, Wahnsinn, 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 traumhaft, sensationell. Er ist so beeindruckend, ganz krass. Es war wirklich, ich war so positiv geschockt. Ah, Rio ist schon... Ja, ja, hat schon gehört. Ja. Finde ich auch. Auf jeden Fall nochmal herkommen, ey. Der Stadt hat so einen schönen Stärk, ich hab da total Bock, noch mehr zu sehen. Ich guck gerade schon nach der Christus-Statue und nach dem Zuckerhut, weil das sind so Dinge, die man erkennt. Irgendwie haben wir uns gefreut und wir wären uns halt auch gerne da irgendwie näher gekommen. Auf der anderen Seite sieht man gerade ein Panorama, was man so noch nie gesehen hat und deswegen war das immer so ein bisschen beides und so, aber die Mischung war super. Ich hab dir noch was mitgebracht, ist nur ne Kleinigkeit, aber ich liebe Schokolade, ich hoffe du auch. Ich liebe Schokolade, ja. Sehr gut. Und dann hoffe ich, du teilst die irgendwann mal mit mir. Und nicht geschmolzen. Was? Das hast du gar nicht gesehen, ne? Ich hab halt quasi gehofft, dass die halt irgendwann nochmal zum Einsatz kommt und das war jetzt heute der Moment und da hab ich mich sehr drüber gefreut. Ich glaub mit Lisa an meiner Seite, da würden wir echt ein Abenteuer nach dem anderen machen, uns in neue Erlebnisse und Abenteuer reinstürzen und neue Dinge ausprobieren, immer und immer wieder. Ja, schön, dass du mich heute auf das Zelt hier genommen hast. Ja, freust du mich. Ich dachte, das kann man wohl mit Lisa machen. Das ist die Statur, oder? Ja, richtig. Boah, wie nice. Wie nah wir da hinfliegen. Closer, closer. Ich seh die sonst aus dem Hotel, jetzt war man so dicht dran, kann sich die mal wirklich angucken, was ist das dort in der Ferne, was man immer sieht. Boah, brutal. Ey, ich kann grad meine Augen nicht trauen, ne? Ich bin so froh, dass du ein bisschen mitgenommen hast. Boah, das ist gerade richtig, richtig, richtig krass. Boah, jetzt noch mal von vorne. Verrückt. Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich schön. Ich hab gemeint, schön ist mit dir zu teilen. Ja, finde ich auch. Wow, wir kommen zurück. Jetzt gerade bin ich halt auch so komplett überwältigt irgendwie davon. Und das ist alles super viel, ne? Was man jetzt so alles in so einem kurzen Moment irgendwie schon wieder erlebt hat. Und wenn das jetzt so runtersackt und man sich so das nächste Mal, glaube ich, auch so sieht und so, dann ist das halt so, glaube ich, dass wir beide das sehr doll auch miteinander verbinden werden, ja.